Früher war alles in Ordnung. Wir ahnten nichts. Doch dann kamen sie. Alles versank im Chaos. Keiner konnte sie aufhalten. Ich werde mich ihnen stellen. Du kannst sie allein nicht aufhalten. Ich wusste, sie hatte recht. Ich musste stärker werden. Du veränderst dich, mein Volk. Pass auf dich auf. Ich bin immer für dich da. Um sie aufzuhalten, musste ich das werden, was ich nie wollte. Einer von ihnen. Es ist Zeit für ein Duell. Du wirst verlieren. Attacke, beende das Spiel. Game over. Kippst du einfach? Denkst du, das hält mich auf? Ich ziehe. Nie mal als ich aktiviere meine Falle. Nicht dann! Weil ich mich jetzt schon drin war. Ah! 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 Untertitelung des ZDF, 2020